Momentan sind wir gerade bei der Stütze 3. Wir sind damit beschäftigt, die Seilsättel zu montieren. Die sind mit der Materialbahn angeliefert worden, in zwei Teilen nicht kalbiert. So hat man diese vom Stechelberg auf Möhren transportiert, dort umgeladen auf die zweite Sektion Materialbahn, zur Stütze 3 hergefahren mit ihnen. Bei der Stütze 3 soll man hier sehen, beide Teile zusammengestossen, verschrauben fertig und jetzt haben wir die Flaschenzüge eingerichtet, um am Nachmittag den Sattel in Position aufzuziehen. Hier ist die Schwierigkeit, dass wir unten nicht der Stütze gar keinen Platz haben. Das heisst, dass wir den Sattel jetzt oberhalb der Stütze zusammenbauen müssen. Und das heisst, wir laufen jetzt an einer Seite. Dass er in die Höhe kommt, müssen wir ihn aber gleichzeitig gegen die Stütze zuhebremsen. Also es ist wieder relativ eine aufwendige Geschichte mit mehreren Seilwinden, die alles zusammen spielen muss. Also das funktioniert sicher. Wir müssen uns warten. Melena fliegt jetzt den Anker in die Luft aus. Äh, Beat. Jetzt können wir den Zug ein bisschen dem Hittrack geben und einfach den Habegger loslassen. Ja genau. Ja genau. Darum geht mal schauen, Kurt, bevor die Scheisse in der Luft ausfliegt. Jetzt sind die Zettel da. Jetzt ist bei der Schulter schon ein relativ grosser Streie weg. Wir haben jetzt die Stütze zu 99% montiert. Die schweren Sättel sind hier. Wir sind auf Kurs, ja. Die Stütze zu 99%-Geschäft. Und wir verfenzt werden uns, was wir machen bitte. Und wir haben uns. Wichtungen. Wir haben eine Platteskist. Das ist alle. Wir haben uns wieder einmal. Wichtungen. Vielen Dank.